hier sind wir schon wieder conquer im action alles schick gemacht jetzt immer gucken müssen arbeiten gehen mir ganze geld krassen amarat ohne wende anbauwand jemand muss die wende abreißen wende abreißen ja geil betrifft jemand muss die wende abreißen größe die erfreundliche jungs färmer seit einiger zeit die große rolle angesagt man braucht sie nur ein bisschen um zu sehen sogar mein an mein nachbau und auch sein nachbar haben einige wände von ihr häuser heraus gerissen ich war da auch die einige wände mit dem haus und fällen über alle wände rausreißen egal hierfür sind wendet in dem wohnzimmer küchen und dem wohnzimmer hat man nachbarn ihre wände in hellblau streichen lassen auch streichen ich will ja auch vertraue ich ihnen und verträgt dass sie so für schnell damit hat schnell kostengünstig kostengünstig war gelogen aber ich mache das gerne für sie kostengünstig schnell naja schnell naja kostengünstig nö aber einfach reingehen hallo ok die runden wände sollen weg doch zwingen wir hin die küche kenne ich ja zum sonnenangebot bestimmt auch jetzt ein hammer guck mal hammer ja da machen wir mal das war es warum keine tür verkaufen ja geil kann tür verkaufen das ist noch geiler mein sogar noch geld meine herren habe ich fertig können verbesserung ja habe ich verbesserung du siehst mir das war ich mal was wer da auch gut ultrahypäh op wird weil die kam den ultrahypäh op Not Alles kaputtang 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 Oh Würd ich dir sagen, ich mach jetzt Feierabend, ciao Mann Wir essen zeitig Ein paar Wände rausreißen No was kann ich jetzt noch besser leistungssteiger um fünf leistenschaftliche männer das abreißen ich habe jemand mann ist das nicht anstrengend da einschränk man, 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 man oh gott in the band hola badeen keep cocky kinda man on yooo man, 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 man mcg und hammer ich bin hammer joe man wieder anstrengt hier alles ah he's out sikani na, god ne, ferikai ja, gaiu Es ist nicht so, was ich denn? Es ist nicht so, was ich denn? Oh, das ist auch noch! Oh! So! Fertig! Soll ich anfangen? Wohnzimmer mit Küche? Ja, hab ich! Super! Achso! Guck mal! Ich bin da wieder fertig! Streichel mit den Farben! Schlaftiges blau! Schlaftiges blau! Leistung steigen auf 5%, hier sehe ich schon! Farben! Farben! Für ein Frischgrundfenster! Für eine Farben! Schleifriges, ach schleifriges, nicht saftiges, meine Brasse, schleifriges blau. Hab ich jetzt die Schränke angemalt oder was, ne? Das ist ja geil. Haha. Wie schnell ich meinen kann, so richtig schnell. Man, 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 man. Man kann schon feiern, man, hab schon alles erreicht. Ist das cool. Guck mal, ich spring einfach ins Bett rauf und mach hier unten. Wie, ich penetrant einfach rummale. Einfach rumrummale, das kann ich am besten. Hm. Ich glaub, meine Farbe geht aus, glaub ich. Ah, 24% noch malen. Ja, man, 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 man. Oh, meine Farbe wird nachts. Verknappt. Oh, nein. Oh, nein. Es ist alles. Muss ich erst kaufen. Ja, muss ich wohl. Fertig, geil. das war's wenn er kaputt alles da die kaufen und verkaufen alle verkaufen das war's geil ich bin aber umgerissen die waren super verrückt geil das gefällt mir eigentlich kuschelig ums herz nicht grad schick die wand aber na ja ja auch da habe ich nichts gemacht sollte etwas machen weil sie gar nicht habe ich auch nichts gemacht warum auch deshalb schickt gefällt mir so draußen auch nichts das war es wieder kommt mir mein haus über sauber das stimmt gar nicht mein haus habe ich sauber gemacht oder schon wieder dreckig wo kann ich sagen schon wieder dreckig das kann ja gar nicht sein wo kann ich sagen geht ja gar nicht also ist nicht dreckig das ist ein geilem video moppi na wie gesagt das war's euer kongi bis dann beim hausmeister service abonnieren liken und das kommentieren und nicht vergessen